Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wunscherfüllung, Traumerfüllung Oktober 2017 Jeder Mensch hat Wünsche und Träume und das ist erreichbar. Aber nicht jeder Moment eignet sich dafür, sondern da gibt es eine bestimmte Zeitqualität. Und diese Zeitqualität kann man genau berechnen. Aber das ist individuell. Jeder Mensch hat einen anderen Moment für ihren Glück, wo das Leben die Opfer schenkt. Und diese Momente sollen wir auch bewusst wahrnehmen. Auch wissen, in welchem Lebensbereich kommt das Glück. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Haben Sie Interesse, das zu erfahren, welche Momente sind die Glücksmomente am Oktober 2017 und vor allem, in welchen Lebensbereichen wirkt das Glück. Ist das die Liebe, Partnerschaft? Ist das die Finanzen und haben Sie Gewinnchancen? Oder ist das in der beruflichen Situation? All das kann ich genau beantworten. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben Wunscherfüllung Oktober. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ich werde diese E-Mail persönlich blitzschnell beantworten. Ich berechne die günstigen Tage, die richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Es kann auch bedeuten, dass Ihnen ein bestimmter Tag Glück haben in der Liebe. In anderen Tagen haben Sie Glück im finanziellen Bereich, weil da haben Sie Gewinnchancen. Und wieder einen anderen Tag haben Sie berufliches Glück. Pro Themen kostet diese Blitzberatung 10 Euro. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und da kann ich diese Zeitqualität genau beschreiben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici-Papal. Ich bedanke mich für das Zuschauen.